Ein zweites Erbstück für Octane. Ja, nein, vielleicht. Ich habe jetzt Gameplay für euch und ein Comic. Den Comic hat der ein oder andere vielleicht schon irgendwo anders auf einer Plattform gesehen. Ich habe jetzt von der mobilen Version das zweite Erbstück für Octane. Wer die mobile Version ein bisschen genauer verfolgt hat, der hat festgestellt, dass die Legenden dort, also für die Legenden, die es auch in der Vollversion gibt, wenn es jetzt nicht gerade eine Exklusiv-Legende war, die Erbstücke sehen anders aus. Das sind völlig andere Erbstücke. Und jetzt, wo die mobile Version eingestampft wird, könnte es sein, dass diese Erbstücke ins Hauptspiel finden. Es wurde nämlich heute das Octane Erbstück geleakt. Und ich möchte euch das Gameplay auf jeden Fall jetzt gleich zeigen. Und den Comic, wer das noch nicht verfolgt hat und verpasst hat, den Comic haue ich hier noch hinterher, ist auch aus der mobilen Version. Dort spielt Octane ebenfalls mit dem Erbstück rum. Und es gibt eine Theorie, die bekräftigt, dass diese Erbstücke eventuell kommen könnten in Zukunft in der Vollversion, was mit Season 16 auch zu tun hat. Dazu in einem anderen Video, später mehr, eventuell heute oder morgen, werde ich das Video raushauen. Und dann bin ich einfach mal auf eure Meinung gespannt. Und lasse euch jetzt mit dem Gameplay des zweiten Erbstücks von Octane alleine. Danach gibt es noch den Comic und dann war es das schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal da rein. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ahahahahaha! Ah! Ah! Ja! Ja! Ah! Woohoohoo! Ha 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 ha!